mal rein so zur Familie Walter im Aufbruch kurz vor der Emigration und dann sind wir aufs Schiff und nach Kanada weil das war schon mal sehr gut das nächste Mal wird wohl sein Vorsicht, Vorsicht, die coolen Jungs, die coolen Jungs, genau die coolen Jungs und jetzt sagt man Ameisen-Scheiße Ameisen-Scheiße das muss ich jetzt erklären in Französisch, was Ameisen-Scheiße heißt Wein und Eis Wein Ameisen-Scheiße Lernen! 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 Was kannst du denn da ausspielen? Ich! Alles geregelt Lernen! Das ist auch Lernen! Die beiden müssen lernen! Ja, und der muss auch lernen! Die müssen umständig mit dem Ding werden! Ja, die sind dann nicht verteidigt! Ja, also, die verteidigt! Jetzt haben wir die falschen und das sollte jetzt... Logisch, 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 logisch! Ich meine, hey! 72, gell? 89! Wenn ihr jetzt möchtet, gell, noch ein Jahr, drum sind 90! Zehn Jahr weiter, gell? Da haben schon so 100... Und 102, da steh ich so hier und sing da... Man müsste noch das Wort nicht sein! Hast du es nicht gekriegt, wie er gesagt hat? Ich fühle mich nicht wie 103... Ich fühle mich wie 104! Das ist so süß! Von den beiden Samen, die der Nasen... Ja! Wer aber zuhause bin! Ganz, ganz, ganz... Du! Wir haben hier einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt! Wir sind genannt, wir sind beim Bart! Wir haben hier einen Hals-Nasen!